so mal noch eben den dritten part hinterher geknallt und meine farmgemeinschaft und in memphis ist ein eindrucksvoller tempel dann machen wir jetzt auch mal eine farmgemeinschaft vielleicht, werde ich hören, ne, gut, bleiben wir bei dem monatlichen geht zwar jetzt ganz schön in die konnata, aber bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig gut so, hier kann ich ja schon mal so, wir brauchen ja auch eine armee deswegen nehmen wir uns noch von denen hier die mit hier kommen dann noch gleich die elefanten dazu dann ruhig auch noch ein paar reiter dazu und die und die und die drei so, dann haben wir erstmal die umliegenden truppen schon mal versammelt sehr schön und darkien versucht mal wieder mich anzugreifen können auch mal ruhig die julia mehr machen aufstand in themen ja, leckt mich am arsch siedlung wird belagert und ein bericht Ereignisse einer Seite Baubericht nochmal mit Stelle und Athen bauen wir jetzt eine arena so, die können sich jetzt auch mal ruhig wieder beruhigen hier so so wir müssen hier noch niedrige Steuersätze zahlen und dann sieht die Welt auch schnell ganz anders aus so so ich muss erstmal gucken, was haben wir denn hier alles die kommen da mit rein die kommen hier mit rein dann sind die auf dem Schiff ja, Kapitän ja, Kapitän ja, Kapitän ja, Kapitän alle Mann an Land weiter geht es nicht sind bereit Ei, Käpt'n flotte bereit ja, Kapitän wähle fließen uns der Flotte an sind bereit ja, Kapitän runter von den Booten So, der, 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 zack, das ist das hier, das sind zwei, das ist einer. Ah, muss ich gleich nochmal aufteilen. Rundenbericht, Baubericht. Demmon, eine Fruchtfolge. Wenn wir hier mal einen großen Tempel nehmen. Thessalonica, Palast des Prohnkonsuls. Dann wollen wir hier mal Aquädukte hin. Theben, Aquädukte. Dann wollen wir hier mal eine Farmengemeinschaft hin. Zentinum, Schiffswerft. Dann wollen wir hier mal einen Rüstungsbau hin. So. 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 Die können dann schon mal hier mit hin Und der hier hat dann die hier So Mit der schon mal da unten hin Um So, da schürze ich hier ein bisschen um Gut, dann kann der gleich da eine barbarische Söldner So So Der dürfte eigentlich keine Chance haben Nur was heißt, der dürfte keine Chance haben? Der hat keine Chance, so muss man das sagen So, du kleiner Wicht Okay, direkt zur Stadtmitte Auf geht's Na gut, jetzt hat er doch ein bisschen mehr Aber trotzdem nicht genug Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern Oh Mann, oh Mann, oh Mann Das sieht gar nicht gut aus für den Feind So, wollen wir mal direkt den feindlichen König angreifen. Ah, dem wird ganz schön zugesetzt. In einem direkten Kavallerie-Kampf. Da ist er. Der feindliche König ist tot vor euch. Es ist Zeit, seine trauernden Untertanen zu schlagen. Euer General hat sein Leben weggeworfen. Das ist nicht schlimm. Nun Futter für die Aasfresser. Seinen Männern könnte es ähnlicher gehen. Nein, wir werden gewinnen. Niemand hält uns auf. Aber damit habe ich gerechnet. Aber scheiß jetzt auf den General. Vielleicht ist das LP noch in diesem Park zu Ende. Oh, komm weg damit. Das war noch der letzte von der Kavallerie. Und wenn der gefallen ist, dann kümmere ich mich noch um diesen Haufen hier. So. Und dann sind alle Griechen in dieser kleinen Siedlung hier erledigt. Na, diese sind auch weg. Die werden richtig zermürbt. Die kämpfen auch gar nicht mehr. Die lassen sich nur rumschauen. Dies ist ein heroischer Sieg. Der Römer würdig. Ja, das war ja auch ein riesen Mob, der da rein marschiert ist. Angeführt von verschiedenen Generälen. Ja, man merkt schon, die Griechen, also die Griechen jetzt als griechische Städte, erweisen sich nicht so als widerstandsfähig wie die Makedonia. Ja, das ist auch gut so. Konnten sie hier in der Türkei wohl keinen guten Fuß fassen. Und sind jetzt, äh, ja. Nicht so gut dabei. So, einer bleibt hier. Du willst sagen, ähm... Dann kommt jeder wieder raus. Warnschir mit dem mit. Und du gehst hier rein. Zack. Holzpalisaren, Kasane. Rodung, Straßen, Endlärer, gut, das können wir mal alles ruhig so lassen. Da schied ich jetzt drauf. So. Oh gut, das... Ne, das schaffen die hier. Gut. Da... Geh ich mal lieber mit nach da unten. Senat ist nicht so erfolgreich. Ja, 10.000 Denaen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das kriegen wir schnell hin, hier. Aufstand in Alexandria. Aufstand in Alexandria. Hafenlokade Jerusalem. So, kommt da. Zack. Aufstand, Rundenbericht. Ja, zack. Senatsposten erhalten. Die beiden untersten Ämter. Senatsposten. Senatsmission. Baubericht. Äh... Fortbildung. Zack. Jetzt bauen wir hier mal eine Steinmauer. Alexandria Farmgemeinschaft. Tempel der Juno. Beim Festfarmengemeinschaft. Wollen wir mal hier epische Steinmauern. und Nicomedia. Ja. Gut. Zack. 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 Oh Gott, das ist ja... Das ist ja gar nichts. So. Ah, durch die Elefanten, ne? Ah, was soll's. Ich habe die Möglichkeit, das jetzt zu Ende zu bringen, also werde ich das auch tun. Und es ist ja nur so ein kleines Dorf. Also, nieder mit dem Feind. Oh Gott, das ist ja nur wie es passiert. Zack. Dann kann auch hier eine Mauer. Und dann kann auch hier eine Mauer. Ah, ist ja nicht viel, was der Feind hier zu bieten hat. Ah, die schicken wir dann mal als erstes rein. Wow, das ist aber ein schicker Mond. So, weil das nicht genug ist, kommen die Elefanten da jetzt auch noch mit rein. Sieht alles so barbarisch aus hier. Haben die der Storff hier neu gegründet oder was ist das? So, kommt schon die ganze Kavallerie rein marschiert. So, jetzt sind natürlich auch die letzten griechischen Sperrträger weg. So, Attacke. Na, genau geht immer darum. Während Elefantus und die Barbaren da oben dann lang gehen. Gut, zack. Na, das war schon der feindliche König wieder. Und los geht's. Jetzt fahren wir alle auf den da. Na gut. Wäre jetzt eigentlich der Part vorbei. Ähm. Ja. Muss ich gleich mal eben kurz überlegen, was ich mach. Guck ich nach der Schlacht hier. Ein Überlebender. Na gut, der eine, der ist unwichtig. Hier raus wird übrigens mal Ankara. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. So, Reparatur. Ja. Ne, pass auf, das will ich mir jetzt nicht so reinführen, deswegen wende ich hier jetzt den Part, also den Block. Und dann haben wir beim nächsten Mal, denke ich mal, den absoluten Endsieg. Wenn das jetzt auch wirklich die letzte griechische Festung ist. Was ich hier schon mal sagen kann, das werde ich beim nächsten Video allerdings auch nochmal sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob... Ja, hier, hier auch alle gucken. Ähm. Hier nach wird ja wieder Barbarian Invasion kommen. Da habt ihr jetzt die Wahl. Entweder ihr sagt, ja, das kommt ja sowieso. Ja, dann mach, äh, eine WeLP von dem vorigen Part, also spiel mit den Alemannen weiter. Dann mach ich das. Oder ihr sagt, ne, nehm ruhig ein anderes Volk, aber das sucht ihr euch nicht aus, sondern das ist dann ein Volk meiner Wahl. Könnt ihr euch aussuchen. So, das ist nochmal eben gesagt. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, ich verabschiede mich, bedanke mich fürs zuhören, äh, zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüssi, Kossi. Schau, schau, schau. Bis zum Endsieg. Bye.